Hallo, mein Name ist Christian Reis und ich arbeite seit über einem Jahr im Pixel-Labor dort und als Experte. Mir macht die Arbeit im Pixel-Labor sehr viel Spaß, da ich mein Wissen sehr gut einbringen kann und mit den Kollegen auf Augenhöhe bin. Außerdem macht es mir Spaß mit Menschen zu tun zu haben und denen vielleicht weiterzuhelfen bei Problemen. Die Arbeit im Pixel-Labor macht mir sehr viel Spaß. Ich kann zum ersten Mal mein Wissen weitergeben an Menschen, die es gut gebrauchen können und denen ich weiterhelfen kann. Mein Leben hat sich insofern verändert, dass es deutlich inhaltsweiter geworden ist durch die Arbeit im Pixel-Labor. Ich würde mich riesig auf deinen Besuch freuen. Bis zum nächsten Mal.